Heute berichten wir Ihnen über zwei Studien, eine aus Nature Medicine von Long & Coworkers und eine von Robiani in Nature. Es geht um klinisches und immunologisches Assessment von Assetomatischen SARS-CoV-2 infizierten Personen auf der einen oder auf der anderen Seite, um die konvergierende Antikörperantwort bei Patienten, die konvaleszent nach einer SARS-CoV-2-Infektion sind. Noch ist unklar, wie lange ein Immunschutz nach einer überstandenen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 anhält. In einer Studie Nelsermädin ging die Antikörperkonzentration bereits nach wenigen Wochen zurück. Nach einer anderen Studie Nature ist nicht die Menge der Antikörper entscheidend, sondern deren Qualität und die Bildung von Gedächtniszellen, die im Fall einer erneuten Infektion die Immunabwehr aktivieren könnten. Das zweite SARS-CoV-2 konnte sich im Gegensatz zum ersten weltweit ausbreiten, weil nicht alle Infizierten erkrankten und auch asymptomatisch Infizierte das Virus übertragen können. Ein Team von der Medizinischen Universität in Chongqing, einer Millionenstadt in Mittelchina, hat 37 Personen, die ihre Infektion nicht bemerkt hatten, näher untersucht. Die Personen waren bei Kontaktuntersuchungen durch einen positiven Gentest auf SARS-CoV-2 aufgefallen. Obwohl sich alle 37 gesund fühlten, hatten elf erhöhte Laborwerte des ZR-reaktiven Proteins. Die gleiche Anzahl wies die für die Erkrankung typischen Milchglasinfiltrate in der Computertomographie auf, die eine Lungenentzündung anzeigen. Da die Veränderungen auf kleine Regionen der Lunge beschränkt blieben, hatten sie zu keinen Symptomen geführt oder zu Beschwerden, denen die Patienten keinen Krankheitswert beigemessen hatten. Interessanterweise hatten die asymptomatisch Infizierten die Viren über 19 Tage ausgeschieden und damit vier Tage länger als Patienten die milde Symptome angegeben hatten. Insgesamt 30 der 37 asymptomatischen Patienten hatten drei bis vier Wochen nach der Infektion IgG-Antikörper, davon 29 auch IgM-Antikörper. Die Konzentration der IgG-Antikörper war allerdings geringer als bei den symptomatischen Patienten und sie sank nach der guten Phase Infektion auch rascher ab. 12 von 37 der asymptomatisch Infizierten waren nach einigen Wochen sogar IgG-Antikörper negativ. Dies könnte bedeuten, dass sich diese Personen erneut mit SARS-CoV-2 anstecken könnten, muss es aber nicht. Ein Team von der Rockefeller Universität New York kommt aufgrund seiner Untersuchungen an Patienten, die sich nach der Erholung von Covid-19 als Plasmaspender für eine Serumtherapie gemeldet hatten, zu einer günstigeren Einschätzung. Von den 149 Rekonvaleszenzen hatte ein Drittel keine neutralisierenden Antikörper gebildet. Als Spender kam sie deshalb nicht in Frage. Es wird vermutet, dass bei diesen Personen die erste Verteidigungslinie des Immunsystems die Infektion behoben hat, bevor die Antikörperproduktion aktiviert wurde. Die Forscher fanden jedoch bei fast allen Patienten Gedächtniszellen, die zur Produktion von neutralisierten Antikörpern gegen die Bindungsstellen am Spike-Protein von SARS-CoV-2 in der Lage waren und die Betroffenen vermutlich im Falle einer erneuten Infektion schützen würden. Die Informationen und Ergebnisse können Sie im Detail in den beiden Publikationen nachlesen, die beide frei verfügbar sind. deine jakim Untertitelten